Diese ganzen Schnipsel, die ich jetzt zusammenfügen muss, das ist übel. Hast du dir schon was abgefroren, Schatz? Hier, bitte. Das sollte dich etwas aufwärmen. Vielen Dank. Erstmal alles... Glaubst du, wie hoch unsere Chancen stehen, Yamantau Leben zu erreichen? Das ist das Einzige, woran mein Vater denkt. Wie ihm vergeben werden könnte, wie er in die Metro... Ja, Killer habe ich. Das sieht ganz cool aus. Das Leben, vor dem du immer weggelaufen bist. Der Gedanke daran, dass ich dir nie geglaubt habe. Und jetzt blicke ich auf diesen Nebel, hinter dem sich womöglich unser neues Leben verbirgt. Dein Ernst, Killer? Wirklich jetzt? Übrigens müssen wir bald an der Brücke ankommen. Really? Ein Lagerfeuer! Menschen! Da sind Menschen! Sofort brennen! Aber, aber... Ich kann ja nicht mal ein Spiel spielen. RIP, my love! Fotomodus? Ja, jetzt, wo die auf mich schießen, soll ich den Fotomodus machen? Ich muss mich prostituieren. Ja, ja! Ich muss mich prostituieren. Oh, scheiße! Verdammter Nebel! Anscheinend haben wir eine Sperre durchbrochen. Wer war es? Die Formierte dabei? Keine. Wir hatten nur Lumpen an. Nur ein paar alte Säcke. Alte Säcke, hm? Da können wir uns bald aufs Maul hauen. Magst du das dann auch, Killer, oder? Killer weiß, dass ich an der PS4 mehr spiele. Ich hab mir schon gedacht, dass es an der PS4 ist. Alles gut! Wie lange brauchst du, um die Aurora wieder zu raus zu gehen? Wow, Killer. Ich muss mir den Zylinder ansehen, aber einen Tag mindestens... Ich verstehe. Dann an die Arbeit. Ich hab nicht mal mehr Platz, aber gut. Das ist echt nicht dein Ärm. Mach die Aurora bereit für die Verteidigung. Steffa, Damir! Sichert den Umgang! Jawohl! King of Hearts ist kein Thema für dich. Ich spiel's privat. Ich musste mal ein privates Spiel wieder spielen. Ich bin fast durch mit King of Hearts 3. Geiles Spiel. Wo ist denn mein Notizblock? Ach da. Sah interessant aus. Äh, Funk spielt das auch gerade. Zum Beispiel. Kann man da mal reinschauen. Oh, cool. Okay, das ist nice. Das ist ja nicht cool. Leider erst ab morgen oder Montag, aber naja. Ach, Quatsch. Ist ja nicht schlimm. Absolut nicht schlimm. Absolut nicht schlimm. Auf geht's, Atiom! Ja, ja. Folge dir, Frau. Atiom, vergiss deinen Rucksack nicht. Ein ganz neues Modell. Eine tragbare Werkstatt sozusagen. Wer von euch hat in Kingdom Hearts, äh, gespielt? Also ich spiel's privat. Ich muss auch immer ab und zu ein Spiel für mich spielen. Ähm, also ich genieße es auf jeden Fall sehr. Okay, Kill, hab nichts gesagt. Lass uns aufbrechen, Atiom. Seid nur vorsichtig da draußen. Aber klar. Ja. Das war aber eine klapprige Barrikade. Und die Typen. Ups. Tja, die sahen so gar nicht nach Soldaten aus. Nur alte Männer. Ich hab ein Messer nachhin geworfen. Entschuldigung. Jetzt lernt man das erst, wie man die Waffe wechselt, ne? Ich hab's vorhin aus Versehen per Zufall. Hast du's durch? Ich bin auch kurz vorm Ende. Das ist so mega. Ich hab gestern bis, ähm, 2 Uhr gespielt. Aber ich muss dann irgendwann mal aufhören. Und ich bin wirklich kurz vorm Ende. Mega gut. Hab's auch, hab's auch, hab's auch. Ja, war okay. Dilla hat keine Ahnung. Dilla hat einfach keine Ahnung. Dilla hat einfach keine Ahnung. Huch. Ich bin in ihrem Kopf. Hast du die Vorgänger von Metro gespielt? Ja, hab ich. Alle im Stream sogar. Fand ich schon klasse. Ja, ich guck mal. Bitte nicht erschrecken. Bitte. Ich bin zu selten hier. Es ist letztes Jahr gewesen. Es ist schon ne Weile her. Es ist schon ne Weile her, wo wir's gespielt haben. Habe ich beide Teile... ...durchgespielt. Fand ich echt super. Halt der L1 gedrückt. Oh, das war der letzte Knopf. What? Okay. Cool. Ähm. Zerlegen herstellen. Boah. Was zur Hölle? Das ist cool. Ja, sei doch ruhig, Frau. Ich will was hier gucken. Ah, mir fehlen, äh... Ich... Ja, okay. Jetzt muss ich ja quasi auch irgendwie noch ne PS4-Version kaufen. Nein, musst du nicht. Quatsch. Quatsch. Wahrscheinlich kann ich das jetzt erst herstellen, ne? Wartet, ich muss üben. Sonst vergesse ich's wieder. Äh... 20 und ich hab nur 16. Alles klar. Aber ich kann das herstellen. Mhm. Mhm. Ich hoffe, mein Internet spinnt nicht wieder, wenn irgendeine Sequenz kommt. Das wär kacke. Während du drinnen warst, hab ich mich mal umgesehen. Lüg doch nicht. Dieser Stromer ist dort, sieht nach einer perfekten Scharfschützenstellung aus. Auf geht's. Die schwindelt doch. Die hat sich gar nicht umgeschaut. Ich dachte, wir will auch mal gegen Freunde zocken. Hast du nicht aus Smash? War das nicht so? Das müssen wir auch mal zusammen zocken. Das sieht schön hier aus. Ich muss schon da niesen. Wartet mal. Entschuldigung. jedes Mal. Wirklich. Immer wenn ich einen Streamer mache. Das ist ein Hase. Oh Gott. Die läuft hier einfach weg. Warte doch mal. Was ist, wenn nicht jetzt jemand angreift? Wer soll ich beschützen? Also ich bestimmt nicht. Aber ich bin zu schlecht in sowas. Ich bin zu schlecht in sowas. Ja, wenn du fertig bist. Ja, ja. Kann sich nur um Stunden handeln. Wenn ich irgendwas erkunde, dann ist vorbei. Was denn? Kannst du auch zerlegen. Du hast eine Waffen-Modifikation gefunden. Benutze deinen Rucksack, um sie zu montieren. Wie war das nochmal? So und dann X. Deine Waffen. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Schick. Finde ich schon mal klasse. Hast keinen Smash? Okay. Schade. Ähm. Geht das gerade mit den 2000 Bitrate? Also erkennt man mich trotzdem noch? Okay. Ähm. Aber eigentlich steht da noch 720, äh, B. Für mich greift jetzt nichts an. Erkunden, erkunden. Ne, 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 ne. Man kann sehen, dass du eine Brille trägst und dass du einen Mund und eine Nase hast. Das beantwortet jetzt nicht meine Frage. Das kann man auch verschwommen sehen. Ich ärgere dich nur. Da kann ich auch noch durch. Erstmal hier schauen. Wir wissen, wo das hier mich hinführt. Ah. Ein Pilz, der leuchtet. Geil. Mhm. Ja. Interessant. So, ich lege inzwischen im Bett und falls ich aufhöre zu schreiben, bin ich wohl eingeschlafen. Katze ist absolut kein Problem. Es tut mir leid, ich wollte dich echt nicht vom Schlafen abhalten. Was ist denn das jetzt? Ah. Stimmt. Damit haben wir ja immer die, äh, Lampe neuen Strom gegeben. Hilfe, ich werde, äh, gegessen. Nein. Nicht essen. Katzel schmeckt nicht. So. Wo muss ich jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe, ich habe die Frau aus den Augen verloren. Ach, da steht sie ja. Hm. Woher weißt du, dass ich nicht schmecke? Ich habe schon, wo du geschlafen hast, habe ich schon deinen Finger probiert. Ruhigbar. Nicht genießbar. Hier würde ich gerne, ähm, hier würde ich mich gerne niederlassen. So ein bisschen alles aufhübschen und dann ist gut. Kein Scherz. Ignorier jetzt einfach unsere Frau, was soll's. Mhm. Also es kann bei mir ziemlich lange dauern, dass ich hier mal vorankomme. Ich bin nämlich, äh, so, dass ich mir alles anschaue, so gut es geht. Wir sitzen noch nächstes Jahr hier. Hm. Okay. So viel Zeit hatte ich auf der EGX leider nicht. Da musste ich mich beeilen. Wie, jetzt doch Streep? Ja, solange es geht, Maki. Solange es geht. Okay. Ich war auch furchtbar schockiert. Halt zum Beinbruch. Ja, Entschuldigung, dass ich mir Mühe gebe, dass ich wieder Streep kann. Mit R2 bewegst du dich vorwärts und mit R2. Äh. Äh. Ja, ich fühle mich hier auch sehr, sehr wohl und so, ne? Was willst du denn jetzt? Ich will hier raus. Hier wird's wohl nicht weitergehen. Okay. Hä? Auf dem Kirchturm winkt eine Frau mit einem Tuch oder so. Bitte schau mal nach. Ja, ja. Ich sehe Leute bei der Kirche. Kugelt. Was? Kugelt? Was? Solange es geht. Los, motzes kugelt. Wir lernen uns besser offen an. Nicht zuerst schießen, okay? Okay. Nicht zuerst schießen. Das wird schwierig. Okay. Nicht in Farbe Katzen. Katze! Ja, war ja nichts Schlimmes, aber. Nicht für irgendwelche Fanatiker. Ah, ich hoffe. Ich glaube es ist eine beschissene Stelle, wo ich jetzt hier gerade rausgegangen bin, ne? Aber vielleicht findet man hier geheime Sachen. Noch ein paar Pilze oder sowas. Oder ich zerlege einfach die Sachen. Hm. Kann ich hier raus? Nein. Okay. Ding Dong. Warnung, Katze! So! Mit dem Boot ist das irgendwie ein bisschen... komisch. Ja und im pinken Bereich, ja! Der Pinke soll aber bitte gut sein. Schnell. Schnell spielen. Bevor es wieder nicht geht. Vielleicht kann ich noch die Szene schaffen. Hm. Paketverlust? Was für ein Paket? Oh, nein. Deine Predigt? Ach, nö. Bitte jetzt nicht schon wieder Fanatiker oder so. Oh, nicht schon wieder so ein Sündenscheiß. Ach, nö. Was ist denn eine Erlösung? Was ist denn eine Erlösung? Was? Ja, ihr seid alle böse. Die petzt, die verpetzt euch. Ich weiß nicht, Melden. Hä? Hallo, warum sperrt ihr mich jetzt ein? Oh. Der Ketzer. Ernsthaft? Könnt ihr mal auch was anderes erfinden? Außer so eine Sündensäckenscheiße? Ja, ich komm ja schon. Ja, Melden. Ich seh schon. Los, Speedrun. Ja, ich beeil mich. Verdammt. Kann ich die Waffe machen? Ich glaube es kaum. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren. Wir sind auch nicht von hier. Silantius hat uns hier vor einem Jahr eingesperrt. Ja. Die Brückenbewohner sprechen nicht alleine. Knallen sie ab. Aber ich werde euch alles sagen, was ich hier gesehen habe. Kann ich mir ein paar Sachen klauen? Wie? Also. Okay. Ich rette mich und ihr müsst sterben. Was? Was? Dieses Seamhaut melden. Das ist süß. Also, wo ist dieser Ketzer? Er kam mit dem Boot. Der 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 Ketzer. Ketzer. Man müsste... Könnt ihr euch mal was anderes ausdenken? Ja, ja, ja. War einfach da und da war ich... ...perfalt er irgendwie. Allein dafür. Ja. Nochmal. 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 Ja. Ich weiß, was der Vater gesagt hat. Hast du denn gesehen, wohin er gegangen ist? War ein Anime. Nein. Niemals. 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 Ich verstehe. Also gut. Gott segne dich. Und ich werde woanders sein. Du Satansbrut. Was für... Oh, geil. Ich bin ne Satansbrut. Oh, wie cool. Ich fühle mich geehrt. Hm. Hm. Ich bin mir auch sicher. Also Brüder. Habt ihr den Cousin erfunden? Ja. Sucht ihn. Ihr habt mich nicht gesehen. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Oh, Schinken. Ist dieser Counter, der bei 700 irgendwas steht, Geld? Was für ein Counter? Katze, was für ein Counter? Welcher Counter? Ich hab kein Geld. Was? Arschmarde. Hapfel, du musst mich aufklären. Was für ein Counter? Oh, wie süß. Frisst der Fleisch? Ich sehe nicht so viel. Kotelett. Ich stelle es aus dem Trailer, oder? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hab mir nicht so viele Trailer angeschaut. Ich wollte mich einfach überraschen lassen. Ich auch hoch. Da steht Kilometer dahinter. Ich glaub nicht, dass das Geld ist. Ach, du meinst jetzt hier? Da oben? Die 776 km? Ich bin rechts unten im Spiel. Ach, das ist, glaub ich, ähm... Dann speichert das grad automatisch. Kannst du mich zum Klo bringen? Den Flur schaff ich ja. Aber die Leiter... Ähm... Ja. Ich, ich, ähm... Warum atmest du so schwer? Weil es hier drin stinkt. Du kannst du das, Boris? Du könntest mich bringen. Ja. Ich bin Boris. Knall sie ab. Nicht so alle abknallen. Hm. Der sieht mich bestimmt, ne? Bis drauf. Komm. Der lebt noch. Das gefällt mir nicht. Fisch. Stäle unseren Glauben. Denn eine Folter durch Feuer... Hey! Fisch? Hier. Hier hast du Fisch. Fisch. Da unten noch jemand? Wahrscheinlich. Hab ich nicht gesehen am Handy. Ach so. Okay. Ich glaub rechts, was du meinst, ist immer, ähm... Ach, das... Du meinst jetzt das da, ne? Diese 7, 7, 6 da, ja. Ähm... Die Genickbrechmoves sind immer so fake. Hauptsache sie sind tot. Da geht's mal so den Kopf schräg brechen. Da kennt sich ja jemand aus. Tschüss. Wow, ich hab's echt geschafft, hier rauszukommen, ohne alle niederzuballern. Oder sie mich. Ich hab's echt mal geschafft, ohne entdeckt zu werden. Ich bin stolz. Liz hat halt zum Munition sparen gelernt. Hm. Ich hab keine Munition. Ne, weiter. Ja, ich komm ja schon. Ich werd hier angegriffen von irgendwelchen... Das ist jetzt die Rache dafür, dass ich immer Sushi gegessen hab. Das Sushi möchte mich jetzt essen. Scheiße. Hörst du mich? Hallo! Schau mal, dieser Duke. Hallo, Klaus. Hallo, Klaus. Wie geht's dir? Was zum Teufel war das? Ein Wahl? Ne, ich weiß nicht. Er ist verdammt riesig. Ich weiß nicht, dass ich nichts unternehmen und unter keinen Umständen in Aktion treten soll. Also saß ich in der ersten Reihe, um dich zu beobachten. Du hast die Besatzungstruppen nicht gerade friedlich mit Heiligem Kreuz und Gebet unterworfen. Okay. Anna hat bereits von dem Kult berichtet. Wie wäre es, wenn wir Plätze tauschen? Ich würde nur ungern nach Moskau zurückkehren, ohne auch nur einmal geschossen zu haben. Ich wollte doch dort ein Mädchen für mich gewinnen. Da hab ich wohl Pech gehabt. Nein, ab. Warum bekommen alle anderen immer die Tolle an? Geht leider nicht. Der Oberst kritisiert dich und so, aber gibt dir trotzdem die besten Aufgaben. Zeigt er dir so sein Wohlwollen und er versucht, ihn zu tun. X-T